Musik Was für ein Zufall Hey Magie, Magie habt ihr nichts zu suchen Seht ihr Rocky hier? Na, der ist schon hier Na, der ist schon hier Ey, was soll das? Verstärkung, wir werden sie zuerst fertig machen So muss ich fertig Nö, kann ich nicht leider Ich muss mich da helfen Hier bist du Der Riechstum ist einfach overpowered Ist das Grindelwald schon wieder? Nein Danke, dass ihr mich gerettet habt Hm Wie bitte? Braucht ihr meine Hilfe? Das mach ich gern Das ist ich statt richtig Ich werde dort auf euch warten Nice Hallo, als nächstes benötigen wir einen Schwertgriff von KitKat Ich kann euch jetzt dort hinschicken Ich hab genug Magie dafür, macht euch bereit Was? Aber, aber, da ist ein Fragezeichen Ich brauche zu Nein Hey Euro, heute ein perfektes Timing, braucht ihr etwas? Ja, ein Schwert so Ein Schwertgriff Oh, ein Schwertgriff Es ist lange her, dass ich Waffen gemacht habe Aber ich denke ich hab ein paar alte Gebt mir fünf Sekunden Eins Zwei Eins Zwei Drei Vier Vier Fünf Sechs Eben Neun Das ist ein komplettes Schwert Nur dann bis später, ihr Süßen Das ist ein komplettes Schwert gewesen Fell, gebt mir, ich war etwas ungelungen Also hab ich euch zwei hierher zurückgebracht Du rippst den Bauern die Materialien Perfekt, jetzt muss ich nur In den Magier rein Ich muss mich zuerst an diesen Körper gewöhnen, nehmt das Weiß Magie Level 21 Kommt und besucht mich wieder Nom 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 Leider ist in diesem Körper nicht genug Magie, würdet ihr mir eure Magie leihen? Ähm, muss das sein? Perfekt, ich brauche nur noch ein bisschen mehr Magie von euch beiden Keine Angst, das wird nicht wehtun Bitte geht darüber und wir können anfangen Okay Komm so weit weg Warum stehe ich nur im Kreis? Ich trau mich nicht Ich bin mit meinem Schwanz noch drin Achso Oh 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 Nice Dein neues Schwert Da freut sich jemand Warte, 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 warte Das ist mein Schwert Nimm das Schwert, wenn ich es an den meistbietenden verkaufe werde ich reich sein Nein Normale Macht des Schwertes strömt durch mich, ich wagt es nur mich aufzuhalten Okay Macht von Greyskull Snow, mach sie fertig Riesensnow Ich mach alles fertig Mit meinem Wirbelsturm Wow Wow Die hält echt viel aus So Ähm Heilung Wo rennt sie denn hin? Ja mach mal Ich mach mal kurz das Schaf hier weg, das nervt Oh, ich bin froh Wie hat sie dein Mann gemacht bei dem Schaf? Das war knapp Das war knapp Au Ja, dein Schwert Mein Schwert Ich musste sie erst umbringen dafür Ja Ja, sie Du hältst das Schwert des Geistermagier hin Äh, du sollst das Schwert behalten, du bist deiner würdig Okay Ex-Kalli-Schnur Angriffsgeschwindigkeit steigt Und damit habe ich meine Pflicht erfüllt Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt Alles klar, dankeschön, bitteschön, gerne, danke Ich bin ja auch hier Mhm Das war Pufftatik Danke für diese Erfahrung Leb wohl Okay Ja, haha Ich darf hier unbedingt das Schwert angucken Es macht zwar minus 4, aber dafür gibt's mehr Dings Und Angriffsgeschwindigkeit steigt, das bedeutet, du wirst immer schneller Guck mal, jetzt passt es richtig zu meinem Auftrag Das ist wirklich schnell mit jedem Schlag, oder? Ich habe den Test gemalt Vielleicht musst du treffen Ist es schneller? Es macht auf jeden Fall einen geilen Sound Okay Jensih, du hast was gesagt Ja, aber da... Blut Das müssen wir noch mitnehmen Und du musst dein Schwert testen Und du musst dein Schwert testen Ich habe ihn in einem Schlaf Ich habe ihn auch beinten Ich habe ihn in meinem Schlaf Anh sie erinnert Vielen Dank Aua! Oh! Nicht da, mein Björn, sieh! Hier ist schon ein Wälderwälder Typ. Heilo? Ne, noch nie. Sag mir, wenn du wieder heilen kannst. Jep. Sag's doch früh! Au! Aua! Der ist ganz schön süß, der Boy. Ich bin gleich wieder tot. Ich hab gedacht, ich bin nicht gut. Du, 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 du! Geh weg, Er. Ja, ziemlich gut. Au. Auaau. Heilen! 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 Wenn er kein Schild mehr hat. Nice. Money, money, money. It's so funny in a rich man's world. Aua, Magier gewarnt. Sehr synchron. Aua. Ach warte, das warst du. Ding, 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 ding. So, jetzt speicher. War da eins? Ja. So. So, wir sind allein. Jetzt. Ja. Jetzt so. Jetzt. Warte doch auf mich. Wir sind 50 fast. Da gibt's bestimmt Excalibur Zeug drin. Gehen sie. Einen können wir. Ja. Dafür darfst du jetzt das Monster töten. Mach ich. Wenn ich deinen Stream gefunden habe. Hallo. Kannst du dich mal aktualisieren? Ja. Will gucken. Dankeschön. Für uns ist eine blaue Höhle. Schon alleine deswegen. Mau. Du bist tot. Ich bin auch gleich tot. Björnzi. Björnzi, was soll ich denn jetzt tun hier? Hallo. Du, was soll ich tun? Ja, ich bin tot. Sterben. Björnzi, das war keine gute Idee. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war auch nicht darauf vorbereitet. Ich bin auch in einem anderen Spiel. Geistig. Körperlich. Da waren wir doch schon drin. Achso, wir waren gerade jeden. Ja, aber wir sind doch nicht mehr auf die Höhle. Mau. Ne, 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 ne. Nicht da hochgehen. Das sind ja noch mehr Höhlen, ey. Okay. Wollen wir denn hier noch so ein Teleporter-Ding? Dann ist doch noch so ein... Ah, hier. Fernsie. Komm, wir teleportieren uns rüber. Ich bin einfach durchs Portal durch. Komm mit! Ja. Ja. Du wirst jetzt gezogen. Oha. Ach, du bist durchgelaufen. Ich nicht. Ha. So, unten war doch dieser Kopf. Hallo Outdoor! Hm, hi Outdoor. Was ist das? Ist das ein Zwiebel? Nein, ein Pinsel. Entschuldigung. Fancy. Hm. Blauch sein. Alles bereit, eure Könige? Ja. Der Thron des Lupus hat sich verändert seit ihr Vorzeit, eure Wauheit. Was? Da hat jemand was verschoben. Aber ich bin sicher, Hotdoor hat einen Plan. Warum haben wir jetzt mit der geredet? Ich hab schlechte Nachrichten. Boah, es ist kein Nein-Einheit. Sucht ebenfalls nach euch. Was ist das für eine Einheit? Äh. Eine Nein-Einheit. Die Kai-Nein sind Wolfens stärkste Magier, wie ein Hotdog mit Wasabi-Soße. Aber ich hab einen Plan. Treffen wir uns draußen. Warum mussten wir uns dann drin treffen? Hm. Ach, das ist eine Nein-Einheit. Oh, guck mal. Er hat uns in die Falle gelockt. Geh weg, ich bin eine Katze. Hotdogit, die Kai-Nein haben uns gefunden. Oh nein. Ich kenn keine Einheit, die so heißt. Was ist das für eine Anlehnung? Oh nein. Wow, die stehen noch ein halbes Jahr weit weg. Die Hauptstrecke ist gesperrt. Achso, da müssen wir lang. Hierhin müsst ihr gehen, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Es gibt einen ungefährlicheren, aber längeren Weg durch die Bellara-Wüste. Aber ich kenn den Weg nicht. Ihr müsst ihn selbst finden. Wow. Nett. Wir könnten doch einfach da lang gehen und die fertig machen. Ja. Ich weiß, ihr werdet die richtige Entscheidung treffen. Eure Wauheit. Ja, wir gehen da lang und machen sie fertig. Warte, ich wollte noch mal schnell speichern. Jetzt habe ich alles vorgelesen, bevor wir sterben. Oh, was ist das? Hm? Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Bei mir klappert irgendwas, weil Swindig draußen ist und es nervt mich. Okay. Es nervt mich richtig. Ich bin gleich wieder da. Ach. Oh, Glück gehabt. In der Sunside kann ich mal gucken. Hier war doch noch... Wir müssen definitiv durch die Wüste oder kurz in die Wüste rein. So, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht weiter klappert, sonst kriege ich Aggression. Wir müssen ganz kurz in die Wüste rein. Was hast du entdeckt? Was hast du entdeckt? Ich würde dich freuen. Nein, die sind echt einfach. Wo ist die Wüste? Die Wüste ist hier überall, Björn. Die. Nee, die Wüste. Au. Ich zeig dir gleich was ganz tolles. Einen echten Rasen. Oh ja. Was? Einen echten Fuchs. Hallo, Bauer Steffen. Reisende seid gewahren in der Ballara-Wüste. Gibt es überall unsichtbare Monster. Nun, zumindest die Knochen sind lecker zum Abschlecken. Köstlich. Das hat er nur gesagt, damit immer die Knochen abschleckt. Mhm. Deswegen. Oh, da ist ein Zaubertrick. Königsblut, der weckte deine innere Kran. Du hast Mana-Tatze gelernt. Mana-Tatze. Hört sich an nach einem Manaanstieg, wenn du kein Mana mehr hast. Mana, Mana. Dann hüllt Mana wieder auf. Das kriegst du. Du brauchst Mana eindeutig mehr als ich. War ich das? Hä? Okay. Ich muss Mana einsetzen, damit ich Mana angenerieren kann. Und dann muss ich da auch noch stehen bleiben. Okay, denn... Äh... Da unten lang. Boah, dieser Busch hat einen. Level 90. Level 90. Oh, der hier liegt gleich. Was sind alle Fertigkeiten am Ende? Das haben wir hier schon... Das haben wir während immer alles, von Wo kommen sie alle her? Jens, ich bräuchte... Ach nee, doch noch nicht. Ich hab grad gedacht... Verheilung... Nice. Ding, 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 ding... Moment. Ich brauch kein Mana raus. Aua. Das ist total... Nonsens! Kriegst du wenigsten mehr Mana raus? Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man jetzt... Höher... Höher skillen. he... ва.. heute zumindest auf jeden fall kann ich ich damit man angeben um man aber aus was war das denn jetzt bei dir auch gelegt nein dann hat es gerade nur bei mir gelegt okay das sah nur so aus das war wahrscheinlich so ein synchro lag ich spiel mist Mist! Ich muss nicht mehr zurück. Ist das nicht mehr zurück? Ich will jetzt sogar noch was heftig gehen. Hm. Oh, Heilung. Heilungsparty! Ah! Dance, dance, dance. Tttttttttt. Ich muss mit Meister Elios sprechen. Niemand darf uns stören. Ja, geh mal rein da. Lass mal, lass mal hingehen. Geh mal weg da. Ich töte meine eigenen Leute. Warte, da ist ein Speicherpunkt. Niemand darf gestört werden. Hallo.